Ihr zockt zackt und rumpelt mit der Community. Ich mach euch alle fertig. Uff, äh, verdammt. Herzlich willkommen bei Xonotic. Wir spielen heute Deathmatch mit Instagip und es wird eine richtig harte Runde. Heute ist im Kanal mal nicht der Mad-Eye, sondern wir haben den Silber-Nitrat. Genau, im Anlauf nach hinten. Ich bin schon tot. Wie lustig ist das denn? Ihr seid gerade alle nach hinten gelaufen. So, wir haben aber eine ganz besondere Deathmatch, ein ganz besonderes Deathmatch heute, denn heute werden wir um ein Todesmatch zum Kennenlernen spielen. Das heißt, der Sieger von dieser Partie wird mit mir eine 1 vs. 1 Map spielen und sich mit mir bei TeamSpeak verbinden. Das werde ich jetzt hin und wieder machen. Da ist wieder einer draufgegangen, der Dylen. Oh, hier sind so viele Leute. Alter! Na, du bist ja so ein alter, ähm, was war das? Team Fortress Zocker, ne? Ja, ich bin ein alter Team Fortress Zocker, da läuft es aber irgendwie friedlicher ab. Das stimmt. Friedlich läuft es hier auch ab, aber das ist halt wesentlich mehr Action einfach, ne? Hier. Ja, aber ich muss Drogen nehmen, glaube ich, um hier mitspielen. Der Knödeldödel, den habe ich gerade weggemacht. Momentan führt Otomo 1,20. Ironiesignal. Tschüss. Alter. Und wenn du in der Mitte spawnst, dann geht es ja so ab, dass du überhaupt gar nicht mehr kannst. Oder, ah, den Silbernhydrat! Ich habe dich gerade weggemacht. Ja? Ja! Nein! Den Brauni habe ich auch schon weggemacht. Dante, kleine Piku. Der Doverkin rennt hier auch schon wieder mit rum. Es gibt so wenige Spawnpunkte. Man spawnt immer von einem hinter einem spawnt, wird man schon meistens wieder erledigt. Das stimmt, ja. Ich bin mir allerdings gerade nicht so ganz sicher. Ah, den Brauni habe ich weggemacht. Und, ähm, der Pepe ist auch dabei. Otomo und Dexter liefern sich auf jeden Fall ein hartes Match hier gerade. Papabo ist weg. Kleine Pichu, komm her. Nein, die hat mich weggemacht. Ich dreh durch. Ich brauch Ekstasi oder so ähnlich. Papabo, weg. Aua! DJ, auch weg. Alter, steht er dabei. Trotzdem, ich meine, ich halte, ich finde ja gar nicht, dass ich so schlecht spiele, aber an die Leute hier Dexter oder Co. komme ich ja überhaupt nicht dran. Ja, die haben halt noch Reflexe. Die sind halt noch jung und tisch. Ja, das scheint so. 24 Kills, es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir den ersten Sieger in dem ersten Todesmatch. Oh, Messermark. Komm her. Alter. Ja. Dexter, Dexter, Brauni. Oh, das sieht ganz, ganz hartes Ding aus. Brauni mit 27 Kills. Jetzt wird es richtig spannend hier. Lambo-Fan. Ich habe gerade gehört, Freefrags left, glaube ich. Dexter. Brauni hat mit 29, nochmal den Lambo-Fan, habe ich gemacht. Brauni 28. Oh, da sind zwei mit 28. Oh, der Brauni hat gewonnen. Sehr gut. Den sehen wir jetzt dann gleich, wenn es heißt, Todesmatch zum Kennenlernen. Herzlich willkommen bei Xenotic. Wir spielen ein Todesmatch zum Kennenlernen und heute der erste Sieger. Du bist das allererste Mal hier in diesem Match drin, ist der Brauni DD. Ich sehe dich noch gar nicht eingeloggt. Du bist noch als Spectator unterwegs. Ja, aber jetzt. Jetzt aber. So, hier geht es auch direkt los. Hallo erstmal. Genau, der Brauni DD, du hast ja glorreich hier das erste Match hingelegt. Ich glaube, das war eine ganz knappe Sache, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich war am Anfang auch erst auf, keine Ahnung, so auf dem fünften Platz oder sowas. Ja. Und dann hast du am Ende doch noch das Ruder rumgerissen, durch Glück, wie ich gehört habe. Ja. Aber das Glück wird dir jetzt hier nicht mehr so scheinen, mein Freund. Nein. Doch. Verdammt, nein. Ja, der erste Kill geht an Sgt. Rumpel. So. Brauni DD, wo kommst du denn her? Ungefähr. Aus DD, aus Dresden. Aus Dresden, das hört man auch so ein bisschen, muss ich ja sagen. Aber das ist ja noch charmant. Das ist ja noch ein charmanter Gratis-Dialext. Ich habe den schon schlimmer gehört. Ja, ich kenne auch Leute, die sprechen ihn richtig extrem. Ja, genau. So. Und da, ja, da fasse ich mir manchmal selber an den Kopf. Ach so. Ja. So, wir, du hast ja ein bisschen was vorbereitet. Da hast du gesagt, ich versuche jetzt hier gerade, äh, was zu erreichen, was ich dir gar nicht, äh, erzählen möchte. So. Jetzt könntest du mal mit mir wieder von der Flinte laufen, bitteschön. Nein. Wo bist du? Ich höre das schon. Wo bist du? Ich höre das schon. Ich höre das schon. Du hörst das schon. Komm, komm, komm. Ja, ich höre das. Ah, Mann. Jetzt, ich habe doch nicht mehr so viel Zeit, Kaiser. Ach, nein, Alter. Komm her, komm her. Verdammt. Nein. Ja. Ah, da zerplatzt der Brauni die Idee aus Dresden. Aber das hier alles nur freundschaftlicher. Ich glaube, da habe ich dich schon wieder gesehen. Verdammt. Boah, es steht 3 zu 0. Es steht 3 zu 0. Wir spielen hier bis 30 oder bis eine Viertelstunde um ist. Das heißt, äh, du hast noch Zeit aufzuholen. Habe ich da gerade eine Rakete gehört? Nein. Hast du nicht? Doch, habe ich gehört. Du wolltest mich hinterrücks, wolltest in meinen Rücken schießen. Nein, das wollte ich doch nie tun. Ich sehe schon die Community hier bei Xonotic ist knallhart. So, du hattest gesagt, du wolltest irgendwie über Sachen reden. Und zwar über das kleine Thema Gott und die Welt. Genau. Das war ja so ein ganz einfaches Thema. Anschneiden, genau. Ja, starte, mein Freund, während ich dich hier nochmal wegmache. Hoffentlich. Komm her. Ja, kann ja, was man das jetzt sagen kann. Gehst du weg, das meine... Na, ich habe mir gerade nochmal die Health geholt, wenn es dich nicht stört. Ach, nö. Alter. Ich habe das Gefühl, dass du mit Insta gebessert zurechtgekommen bist. Bei mir ist das immer andersrum tatsächlich. Ich komme mit den Waffen besser zurecht. Oh Mann, jetzt geh doch mal drauf hier. Stammt, Loll. Ja. Ich habe den 6 zu 0. Wir haben ja gerade noch ein bisschen geprobt, da habe ich mich noch so ein bisschen zurückgehalten, weißt du? Ach, deine Reserven kommen jetzt hier zu Hause. Oh, deine... Oh. Zacko. Rumsdibums. So, jetzt lasse ich dich aber mal ein bisschen reden, denn die Community löchert mich ja immer mit Fragen und zwar immer oft auch mit den gleichen Fragen. Mal gucken, ob du sie auch stellst. Ja, keine Ahnung. Ähm... Ähm... Schaff, nochmal. Alter, du spielst mit dem Tod. Oh Mann, das hätte ja klappen können. Ach, guck mal. Oh. So, jetzt musst du dich aber ein bisschen anstrengen hier. Ja. Schau nochmal, jetzt habe ich aber Glück auch, gerade. Verdammt, nein. Boah. Obwohl du den, äh, das Mega-Health aufgesammelt hattest. So, PC. Mein PC ist ein Dual Quad-Core, also relativ altes Modell. Dafür habe ich aber eine neue Grafikkarte drin und zwar eine... Jetzt muss ich mir... Darf ich hier nicht lügen. Ich meine, es ist eine Radeon, ähm... 6900. Das müsste richtig sein. Dazu habe ich 4 GB RAM. Nur, das ist, äh, ein ständiger, äh, ich sag jetzt mal, Punkt zur Belustigung für alle meine Kollegen. Denn das müssten eigentlich ein bisschen mehr sein. Ah, geh rauf! Ich hab nicht mehr so viel. Nein! Jetzt hat er die Healths genommen. Wow! Jetzt hau ich aber ab hier. Nein, ich hab keine Mutti mehr. Yeah! Das Glück ist mit Zahn und Rumpel. Hier haben wir wieder ein bisschen Health aufgenommen. Oh, die Muni ist nicht da. Oh, jetzt, äh, jetzt folgst du mir aber hier. Ja! Verdammt! Ja! So, ähm, dazu habe ich jetzt ein Call of Duty, ähm, Modern Warfare 3 Tastatur-Dingens. Für 15 Euro kriegt man das. Ähm, das sogar beleuchtete Tasten hat, was ich sehr gut finde, weil man im Nachts dann... Gehst du weg! Gehst du weg! Das war meine! Ähm, die ich... Genau, für 15 Euro bei irgendwann mal bei Saturn gekauft habe. Dazu habe ich eine ganz normale Microsoft-Maus. Keine große Gamer-Maus mit, äh, 2300 DPI. Ja, und, äh, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn hier für einen Rechner am Start? Ja, also, meiner ist relativ neu. Ich hab, ähm, ein AMD FX 6200 mit 6x8... äh, 3,8 Gigahertz. Dann 16 Gigabyte RAM... Hallo, die Waldvieh! Ja, und... Dann bist du mal ungefähr viermal so schnell wie ich. Trotzdem hat sich das nicht auf deinen Punktestand ausgewirkt gerade. Au, 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 au! Aaaaah! Jetzt habe ich aber Angst hier gerade. So, und die Grafikkarte, ja, das ist eine, ähm, ähm, von... Ich weiß gar nicht, Gain... Gain-Wort oder irgendwie sowas. Das ist eine, eine GTX 570, glaub ich, ja. Okay. Und die hat auch irgendwie dann nochmal einen eigenen Grafikram, nehm ich an. Ja, eigentlich, ich glaub so, mehr als ein Gigabyte, glaub ich, seit knapp... So, dein Quad Damage ist weg. Hast du das gemerkt? Hatte ich das überhaupt? Ja, du hattest das. Oh! 15 zu 1, verdammig! Ich wollte ein Perfect hinlegen. Jetzt ist dieser Traum auch vorbei. Ja, und dann noch irgendwie so eine uralte Dell-Tastatur, die ich irgendwo mal ausgekramt hab und eine Logitech G700 als Maus. Das ist eine gute Maus, glaub ich, ne? Ja, relativ gut, find ich zumindest, ja. Und, äh, was machst du mit diesem PC, wenn der so, äh, stark ist, fast nur Gaming oder machst du auch andere Sachen? Ähm... Ja, also hauptsächlich eben für Gaming, aber ich, ja, programmieren tue ich nebenbei etwas und... Oh, was programmierst du denn? Web oder richtig, ähm... Ja, also ich hab, ähm... PHP, HTML, CSS versuche ich gerade. Und dann noch lerne ich gerade C++. Ui, das ist eine harte Sprache. Ja, ich weiß. Also das war auch meine erste Sprache, die ich gelernt hab, aber dann hab ich sie verlernt wieder, weil ich dann zwischendurch mit Delphi gearbeitet hab viel. Da hatte ich dann so einen Kurs. Und, ja, dann zwischendurch hab ich mich mal mit Java probiert und, ja, dann bin ich bei C++ gelandet. Also Java, äh, hab ich auch schon mal gemacht, ähm, ich hab auch schon C++ und, äh, Sharp angefangen. Bin dann irgendwann bei Python hängen geblieben und bin dann erst auf PHP gekommen. Und das fand ich dann, äh, sehr angenehm, muss ich sagen. PHP ist echt ne schöne Sache. Ich hab, äh, tatsächlich angefangen zu programmieren mit Game Maker, GML, Game Maker Language. Sag dir das was? Nö. Huch, wo standest du denn da grad? Jaaasss! Was? Ich hatte den Quad-Damage. Du hast mich so verwundert, weil du plötzlich in der Luft hinkst bei mir. Okay. Na gut, ein Ping von 50 geht eigentlich. Oh, ich seh schon, da ist der Instagibler. Verdammt. Jaaa. Aber, äh, du bist eindeutig besser mit dieser Railgun als mit den anderen Waffen, hab ich so das Gefühl. War wahrscheinlich grad nur Glück, ja. Ach. Airshot. Das klingt immer nach, äh, Headshot. Ist es aber gar nicht. Ja. Jetzt kommt schon! Jaaaa! 18 zu 2, ja. Da musst du noch aufholen. Aber, äh, den, äh, den Fame des ersten, äh, Todesmatch zum Kennenlernen, den das gewonnen zu haben, das nimmt dir keiner mehr. Ja. Und ich hab auch Glück, du tust mir damit einen riesen Gefallen, weil ich hab schon befürchtet dadurch, dass ich ja die Gewinner hier reinlasse, dass ich hier immer schrecklich ablosen werde und dann kann ich wenigstens auf dieses erste Match verweisen. Ja, das, das mach ich aber eigentlich mit Absicht. Ja, ja, das hab ich mir gedacht. Ja, sehr gut. Ah, da ist er wieder. Wuhu, ich hab keine richtige Waffe. Ah. Dump. Ja. Nein. Komm. Wo bist du? Das läuft ja wieder weg. Ähm. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Nein! Jaaaa! Immer so, so kurz davor, ne? Fünf Minuten haben wir noch. Ah. Hast du noch eine weitere Frage, neben dem PC? Der PC alleine ist ja noch nicht Gott und die Welt. Wie viele Monitore verwendest du? Au, das ist eine gute Frage. Hier zu Hause beim Zocken nur einen einzigen. Ich hab natürlich, muss ich auch sagen, ich hab noch einen anderen PC auf der Arbeit, wo ich so 3D-Sachen und sowas mache und der ist natürlich so ein bisschen stärker, obwohl der auch nur 4 GB hat. Ähm. Aber, äh, dort verwende ich tatsächlich zwei Monitore. Ah, okay. Aber, ähm, wie gesagt, nicht zum Zocken, sondern das sind dann, ist dann echt was, weil ich dann meistens irgendwie, keine Ahnung, äh, 3D-Programme offen hab und gleichzeitig noch YouTube gucke oder Tutorials gucke oder irgendwie sowas in der Richtung. Haha, da bist du falsch gelaufen, mein Freund. Ich bin anders abgewogen. Haha. Okay. Und als Monitore, das kann ich ja nochmal sagen, äh, hier zu Hause hab ich einen sehr guten, mit dem ich sehr zufrieden bin, AOC-Monitor. Ich weiß jetzt nicht, leider nicht die genaue Bezeichnung. Äh, vielleicht kann ich das irgendwo lesen. Nix. Ähm, ich kann jetzt mich grad nicht auf den Monitor konzentrieren. Ich kann nicht meinen Blick von diesem Spiel lassen. Von der Bildfläche. Moment. Ah, nein. Jetzt kann ich aber gleich mal kurz gucken. Ähm, steht das hier irgendwo? Verdammt. Ne, es steht hier nicht. Ich schreib's vielleicht in die Kommentare rein. Ähm, aber, ähm, in der, in der Arbeit hab ich mir grad einen neuen, eine neue, äh, Sache gekauft und zwar ein Cintiq Tablet, ähm, das 24 HD und damit, äh, bin ich natürlich sehr zufrieden. Das ist ein riesiger Monitor, 24 Zoll groß und der kann, hat aber ein Touchscreen, sodass du da drauf malen kannst, weißt du, mit Photoshop und sowas. Ja, okay. Da, äh, bin ich sehr zufrieden mit. Das ist mein Hauptrech-, äh, mein Hauptmonitor sozusagen. Und dann hab ich noch einen kleineren, äh, irgendwas 22 Zoll mäßigen LCD. Na, wer hat denn da Quad Damage geholt? Boah! Wer will gleich drauf gehen? Ach du, ich, äh, ne, ich. Ja, ich eher. Nein. Also ich nicht. Äh. Nein, doch! Oh, verdammt! Wie steht's denn? Ah, 22 zu 4. Ja, vielleicht krieg ich ja noch. Ah, du kriegst noch einen, ein paar kriegst du noch. Und die haben noch zwei Minuten, dann musst du dich anstrengen, wenn du 20 Kills machen möchtest. Ach, das schaff ich nicht. Ne, 20 müsstest du auch gar nicht machen, 18 jetzt. Vielleicht krieg ich aber auch noch die 30 voll. Das wär natürlich auch, äh, gut. Dann müssen, dann spielen wir noch kürzer, sozusagen. Rums! 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 Komm her! Nein! Dump! Ah! Uh! Das, äh, da ging's mir aber auch schon so schlecht, muss ich sagen. Ah, da wartet aber jemand aufs Megaheld, hab ich das Gefühl. Nein! Strategisch wichtig, muss ich ja sagen. Ich hab mal früher, ähm, mit Leuten zusammengezockt, die professionell Quake 3 gezockt haben, damals. Und die meinten, das sei alle Strategie! So wie das hier zum Beispiel. Die wussten auch immer ganz genau, wann welche Sachen spawnen und so weiter. das weiß ich natürlich nicht hier. Ah, okay. Muss ich zugeben. Verdammt! So, wo, 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 wo ist er hin? Hahaha. Ich bin weg. Oho. Ich hab dich gesehen. Ja? Ah! Nein! Ah, verdammt jetzt! Holst du am Ende noch auf hier! Alter Schwede! Aber ich glaube, ich bin trotzdem relativ safe. Mit, äh, einer Minute und 24 beziehungsweise 16 Kills im Vorsprung. Komm her! Komm her! Komm her! So, dann, äh, würde ich mal sagen... Ah, jetzt hat er schon wieder den... Nein! Uh! Ja, du musstest anscheinend reinkommen. Ja. Hätten wir noch länger proben müssen. Damit. Ja. Nein, hätten wir nicht. Hahaha. Das war genau richtig so. Hahaha. Ah nein! Ja, ich hab ja gesagt, ich lass dich ja extra gewinnen. Ja, das ist auch sehr nett, muss ich sagen. Ja, jetzt merk ich, ja, jetzt merk ich, dass der Frontfunktion so groß ist, dass ich jetzt mal richtig spielen kann. Eine sehr intelligente Interpretation der Situation. Jaaa. Hahaha. Verdammt, nein. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich bin weg. Du bist weg? Wie, hast du dich disconnected? Das bringt ja auch nichts, mein Freund. Zack! Da bist du mitsamt dem Health-Pack mit dem Mega-Health explodiert. Schade, ich hab's nicht mehr geschafft. Ich hatte noch, äh, in vier Sekunden kann ich keine vier Kills mehr machen. Aber, äh, ich muss sagen, das war eindeutig. Vielen Dank für dieses Match, lieber BrownieDD, und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es heißt Xonotic. Ja, okay. Man hofft. Hahaha. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, tschüss.